moin moin und hallo heute möchte ich gerne zeigen wie euren mad citizens new actors also den mp4 öffnen und schließen könnt und zwar eine komfortfunktion es geht jetzt darum auf und zu könnte natürlich mit den auf und zu tasten agieren aber wenn ihr den schlüssel an der auf oder zu taste längere zeit drückt länger als zwei sekunden dann schließt sich eure beifahrer und fahrer seiten fenster und das öffnen geht natürlich auch ihr drückt und haltet die öffnungsfunktion und dann seht ihr stufenlos wird geöffnet so lang wie ihr drückt wird auch das fenster auf gehen wenn ihr es wieder schließen wollt drückt und haltet natürlich den schluss den zuschließ button und ihr seht eure fenster schließen sich wieder ganz einfach damit sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal